Oh, Kraken! Du bist lustig. Gut, bisher läuft's gut. Bumm. So. Juhu! Kraken ohne einen einzigen Schaden. Totgemacht. Das sieht Pfui aus. Pfui, Bäh! Pfui, Bäh! Hüpf! Und Piranhas? Nein, doch nicht. Gut. Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, okay, gut. Oh Gott. Steigt er immer höher und tiefer, oder wie? Ah! Hate you! Wie soll ich dich denn bitte jetzt wegmachen? Wie soll das? Ah, okay. Gut, schön. So, also. Ja, 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 wau, 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 wau. Ist das eklig hier, ey. Verdammte Kacke. Diesen Eisblock da. Kriege ich den jetzt irgendwie weg mit irgendwas? Mit dem Schwer vielleicht? Nee. Verdammt. Warum kriege ich solche Sachen nicht weg? Äh, jetzt. Ja, la, 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 la. La, 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 la. Hier bleiben. Und la, 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 la. Oh Gott. Ist das eine kranke Welt hier. Hüpf, hüpf, hüpf. Bidi, 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 bidi. Und weg. Ah, ja, ja. Okay. Hä? Bidi, 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 bidi. Weg. Dann kommt wieder sowas Einfaches. Kraken. Ich respektiere dich. Hüpf. 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 Ah, was? Also. Ich fand nicht, dass der mich berührt hatte. Oh. Der auch nicht wirklich. Ja, die Rakete schon. Also. Das war jetzt doof. Aber das ist gut. Hüpf. Bam. Ach, Gegenschießen bringt nichts, ne? Bum. Bidi, 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 bidi. Bum. Gut, das wird jetzt eine kurze erste Begegnung mit dem Schneemann, denn ich werde gleich sterben. Aber was denke ich denn, was die richtige Waffe sein könnte? Ähm. Hm. Das. Pff. Vielleicht. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Äh. Feuer wäre eigentlich schon gut. Also ich brauche Wind gegen Feuer, hundertprozentig. Didi, 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 didi. What the? Du. Kranker Arsch. Okay. Wurf. Aber eigentlich einfach. Ja. Bambababadabadabay. Gut. Ich glaube, ich kann den von einer Stelle aus besiegen. Also direkt hier stehen bleiben und dann. Jo. Werden wir mal probieren. Ach ne. Ich kann mal wieder über ihn rüberspringen. Wäre noch besser. Yeah. Schießen. Oh, geil. Hüpf. Schön. Oh, fuck. Der gewinnt richtig an Geschwindigkeit. Ach, scheiße. Jetzt. Ähm. Ja. Gut. Hüpf. Ah, was? Hüpf, so. Hüpf. Jetzt. Nein. Verdammte Axt. Ah, da. Rüberspringen. Hüpf, hüpf. Ja, 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 ja. Es geht, es geht, es geht. Also, hab ich ja gesagt, so schwer ist er nicht. Hüpf und jetzt. Ha, ha, ha. Hüpf und jetzt. Bam. Entschuldigung, das Spiel ist einfach. Noch. Dann kommt wieder ein Dr. Wily, der mir Herz und Verstand rauben wird. Irgend so was. Wir wissen ja immer, was dann geschieht. Kommt immer irgendeine Kacke und dann denkt man sich, ah, bis jetzt spielt er Frank noch ganz gut und dann auf einmal spielt er Frank. Ganz, 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 ganz schlecht. Oh, verdammt. Entschuldigung. So. You got a bee attack. Yeah. Du bist nicht mehr heterosexuell. Nein, du bist jetzt bee. Oh, die Waffe sieht gut aus. Die tut mir gefallen. Oh. Die tut mir gefallen tun. Stay select. Flammenmann. Babadaba. Flammenmann. Einfach jetzt alles in einem Rutsch. Komm. Der Torban-Träger aus, äh, Arabien. Master of Flame. Oh, Jafar. I have to find this one, sis. Diamond in a rough. Okay, was ist das? Ah, langsam, langsam. Okay, gut. Mhm. Gut. So. Hüpf, hüpf. Bah. Ah, was? Naja, egal. Und durchgehen. Gut. Ah, ja, ja. Flammenwerfer. Achtung, Danger. Mhm, aber da sind gerade Flammen drauf gelandet. Warum ist da nichts passiert? Eigenartig. Autsch, wenn da eine Flamme reinkäme. Moment. Wir werden es gleich sehen, oder? Ne, ne, ne. Ich will es erstmal lieber nicht zulassen. Fump. Fang Royale. Hat recht. Fang Royale. Fang, Fang. Also wir können in der Annahme von der... Wir können... Deutsch lernen können wir auch. Wir können davon ausgehen, dass das irgendwie sowas wie Öl ist oder so. Teer. Bum, bum. Schön. Bum. 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 Oh nein. Was? Was? Ein wandelbarer Gegner? Oh, wie süß. Schnuck. 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 Oh, wie süß ist er denn? Dopp, dopp. Ähm. Ach ja, oben lang natürlich. Wir können, wenn wir nach unten fallen, werden wir... Mhm. Puff. Und wieder. Pam, pam. Wow. Wow. Dafür ist er sehr gut. Ich hoffe, die ist da. Nein, natürlich nicht. Weil... Was? Es... Was? Was? Äh. Was sollte das jetzt gerade? Das war jetzt unverständlich. Aber hoch 10. Ja, das war jetzt auch unverständlich. Hallo. Ey, das... Schlauer Mithol. Komms... Mithol. Kommt genau nur dann raus, wenn ich gerade nicht schießen kann. Der ist ja geil. Toll. So. Ja. Toll. Jetzt macht's so ungefähr... Kaum noch Spaß. Schön. Weiter hier. Bam weg. Energie. Schön. Peng weg. Und... Peng. Was? Ah, gut. Danke. Ey. Was kam hier denn nochmal her? Diese doofen Maschinen, wo ich gesagt hab, wir können Deutsch lernen. In der Annahme ausgehen davon das. So, la, ba, da, da. Jetzt nach oben und kaputt machen. Boom. Kaputt. Aber nur weil ein Spritefehler da war. Ich hab das Ding zwar weggeschossen, aber es wurde mir nicht mehr angezeigt. Was natürlich immer wieder typisch ist. So. Boom. Warum? Da hätte ich jetzt auch durchlatschen können. So. Jetzt. So. 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 Jetzt muss ich hier warten. Jetzt nämlich wird er mir angezeigt. Schön, ne? Hm. So mag ich das ja. Wow. Wie immer ich das jetzt auch gemacht haben wollte. Wupp. Wupp. Okay. Weg, weg, weg. Aber eigentlich müssen mich die Flammen dann ja auch gleich töten, oder? Also nur mal so. Weil sie sind ja normale Flammen. Hm. Hm. Langweilig. Pff. So. Weiter. Was bist du? Dich kenn ich. Scheiße. Äh. Dich mag ich nicht. Jetzt. Wow. Ähm. Was? Hä? Hä? Der war billig. Was wollte der? Ey. Springen. Wenn ich sage springen. Dann springen. Ey. Und auch mal richtig landen. Der hat einfach keinen Bock mehr richtig zu landen oftmals. Der ist echt krank. Ohlala. Gerade bei solchen Stellen wird's dann gefährlich. Aber richtig springen kann er noch. Gut. Hm. Hm. Ist das jetzt gefährlich? Nee, oder? So. Ja, ja. Ist mir egal. Für einen Energietank ist es das echt wert. So. Schön. Los. Oh. Du stehst gut. Ah ja. Deswegen. Dafür macht ihr die Flammen. Ihr Kackdinger. Gut. La 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 la. Brennen tut's eh gleich. Jetzt nehm ich. Hüpf. Wow. Weg. Ähm. Wind, Wind, Eis. Eis-Attack. Oder also entweder Wind gegen Feuer oder Eis gegen Feuer. Eins von beiden. Weil, äh, eins von beiden. Ja, Wind entfacht Feuer. Wurde mir so oft geschrieben. Man kann mit Wind auch Feuer ausmachen. Ganz im Ernst. Also, bitte. Bitte, bitte, bitte. So, Turbanträger. Ab geht er. Shaboom. Was ist los? Was? Nein, es war natürlich falsch. Gut. Dann Wind. Toll. Toll. Ja, ist richtig. Was ist das denn langweilig? Das ist der aus dem ersten Mega Man-Teil. Nur in doof. Also nur in arschig. In ganz schlecht langweilig. Ja, das ist original derselbe. Nur in easy.